Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Mobile Station WLAN direkt über einen Router updaten können. In manchen Fällen ist die Mobile Station bereits mit einem WLAN-Router verbunden, gerade wenn wir mit einer Central Station die Anlage steuern. Wenn der Router auch noch mit dem Internet-Signal verbunden ist, dann ist ein Update um vieles einfacher. Wir zeigen das einmal. Die Mobile Station ist bereits in dem Router angemeldet und somit drücken wir Shift und die Weichen-Taste. Wenn wir jetzt mit der dritten Funktionstaste von rechts einmal nach unten gehen, sehen wir WLAN-Einstellungen. Hier wählen wir diese mit der dritten Funktionstaste von links aus. Dann gehen wir einmal mit der dritten Funktionstaste von links auf WLAN anzeigen. Und wir bekommen hier gleich als erstes die IP-Adresse. Diese ist jetzt notwendig für das Update. Nun öffnen wir den Browser an einem Computer oder an einem x-beliebigen Endgerät, der sich im gleichen Netzwerk befindet. Nach dem Öffnen des Browsers geben wir jetzt die IP-Adresse der Mobile Station ein. Genau hier oben anstelle von märklin.de. Bei dieser Mobile Station ist jetzt die IP-Adresse die 192.168.122.6. Bei Ihnen kann das natürlich eine andere sein. Wenn wir die IP-Adresse jetzt eingegeben haben, drücken wir einfach auf Enter und die Mobile Station oder der Rechner verbindet sich jetzt mit der Mobile Station WLAN. Nach dem Aufrufen der Web-Oberfläche sehen wir gleich den Unterschied zwischen dem Update mit dem Access Point und eben mit dem Update über einen internetfähigen Router. Und zwar hier bekommen wir eine Information, wenn die Mobile Station WLAN ein neues Update bekommen kann. Wenn wir hier jetzt das Zahnrad auswählen, dann sehen wir gleich hier bei Firmware-Update ebenso den roten Punkt und hier gehen wir den Schritt ebenso weiter. Hier sehen wir als erstes die letzte Version, die wir auf der Mobile Station haben und auf welche Version wir updaten können. Das manuelle Firmware-Update kann ebenso natürlich aufgespielt werden, wenn wir einen Router haben, der kein Internet zur Verfügung hat. Hier müssen wir aber vorher die Update-Datei auf den Rechner oder auf den Computer bringen. Dadurch, dass wir einen Router haben, der mit dem Internet verbunden ist, können wir einfach hier jetzt den blauen Button Update starten auswählen und wir bringen dann die neue Software auf die Mobile Station. Nach dem Update müssen wir uns nur noch mit dem WLAN verbinden, das heißt, wir gehen hier zur WLAN-Auswahl, das heißt, wir drücken hier die vierte Funktionstaste von rechts. Danach wählen wir einmal das entsprechende WLAN aus, das wir haben möchten. Das Passwort ist bereits gespeichert in der Mobile Station, das heißt, wir drücken einfach nur die vierte Funktionstaste von rechts. Und die Mobile Station verbindet sich dann wieder mit der Modelleisenbahn. Nachdem können wir noch einmal überprüfen, ob die Software-Version auf der Mobile Station ist. Das heißt, wir drücken einmal Shift und die Weichentaste und wir gehen hier auf MS-Informationen. Und wir sehen hier die Software-Version 4.0.0.2. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Nun haben wir gezeigt, wie die Mobile Station WLAN über einen internetfähigen Router aktualisiert werden kann. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Freude.